Danke den rätselhaften Mächten, die uns bedacht haben. Dann können wir jetzt einen leben lassen. Ist ja super, ne? Bitt schwer, weil ich hier meine Pharo schön level. Kein Trick, keine Illusion, ich habe euch wirklich erledigt. Näher kommst du nicht. Wir sind gerade so viele Zombies, ey. Wollen nicht ausgedünnt werden, jetzt. Also das nämlich Magie. Wir spawnen immer noch. Ja. Es wird sein, dass man das Schwert die Runde wendet. Warte, dann gehe ich kurz hier raus. Ich muss hier noch mein Schild holen. Aber wir spawnen noch heute, ne? Ja, jetzt spawnen noch welche, ich weiß aber. Dann spawnen vielleicht welche bei mir und dann kann ein Schild hier auf jeden Fall nicht. Ja, da killt ja alles. Okay, der Gegenstand ist weg. Ah, der Grund ist auch vorbei, also. Komm schnell runter. Ja. Okay, jetzt nur noch. Die Bühne werfen. Jetzt sterben wir weiter nach. Gut möglich. Ich kenne die Arnie, die abgegradeten, gegradeten Arnie. Wie waren die nochmal? Ja, was machst du mit denen nochmal? Achso, jetzt danach, ne? Sind sie so abgradet. Ja, wenn ich das gemacht habe. Ja. Ja, das probieren wir auf jeden Fall aus. Aber ich frag mich, wenn du zum Beispiel jetzt auch Arnie ziehst, ob du das ganze Deck auch noch machen möchtest. Ich wette, euer Kollektor ist ein Deja-Vu-Erlebnis aus. Ich wette, euer Kollektor ist ein Deja-Vu-Erlebnis aus. Ich wette, euer Kollektor ist ein Deja-Vu-Erlebnis aus. Level 30. Hättet ihr einen Blick in meine Kristallkugel geworfen? Wärt ihr jetzt nicht so überrascht? Einmal ist ein Hochofen oder zweimal und das Schwert ist voll. Die Armeen der Finsternis wurden hinweggefegt. Die Staub von einem Gehirn. Muss man das Schwert eigentlich zeigen, wo es hin soll? Oder dann macht es alles von allein? Alles von allein. Es geht immer so um dich herum. Sch-sch-sch-schnippel da alles weg. Wird ich den Juke noch nehmen? Nein. Von hier aus. Ich muss. Ich muss. Ich muss. Ich muss. Ich muss. Na, war klar. War klar. War ja maler. Na, es kommt noch einmal runter. Nee. Nur mal kurz runter. Ja. Ja. Vielleicht würde eine Ablenkung gegen diese große Bedrohung helfen. Wow. Hey. Seht euch das an. Okay. Ja. Ja. Du hast ja Spaß mit denen. Ja. Der zweiter ist auch da. Ja. Ja, ich muss zu dir, ich muss zu dir, was... Alles voll da. Okay, ich gehe da rüber. Gucken, ob mir einer folgt. Meine unterdrückten Aggressionen freilassen. Gut, jetzt muss ich aufpassen, dass da keiner mehr killt. Verstaunt Nero und seine Messer des Todes. Kann man so viel gehen. Der Max, haben wir noch ein paar Tage. Auf Wiedersehen. Ihr habt es ja eilig, der Verdammnis gegenüber zu treten. Ich bin jetzt ziemlich verwundbar. Ja, ich will jetzt gerne einen Ball töten. Ja, das kommt immer neu. Ich weiß vielleicht, was hier noch gibt. Ja, hast du noch? Es kommt immer wieder neue Du hast mich angefasst Zweimal Kaboom Nein, kommt keine Eine mehr? Nein Ich hab einen Oh perfekt Letzter, ne? Ja Hat ja jemand Munitionskisten in der Nähe gesehen? Machst du sicher, dass du deinen Shadowplay hast? Jo, ist an Oder wollen wir noch auf Daniel warten? Äh, hast du auf ihn, für alle? Vermutig, bin mir nicht sicher Ich hab dich jetzt nicht bewusst drauf geachtet Ja, auf mir was können wir warten, wenn er sich das anschauen will, ne? Warte mal, geh, bleib zu mal kurz mit dem Zombie Ich zieh ihn mal kurz mit dem Raum und dann frage ich mir Ja, vielleicht spielt er ja auch Multiplayer mit Wenn da auch jemand spielt Weiß ich nicht Jo Diese Waffe ist nicht mehr geladen Connected schon vor Minuten Äh, willst du, wir haben gerade das Wir sind kurzer vor das Lil Arni Ich muss jetzt nur noch Lil Arni auf die Bühne werfen Willst du das sehen? Aber ich weiß nicht, ob du beitreten kannst Ich hab jetzt nicht versucht, was... Genau, du kannst es versuchen Ich weiß nicht, ob ich es jetzt eingestellt habe oder nicht Das wird haarig Kann mir bitte jemand Munition geben? Kein Beitritt Kein? Nee Ja, dann guck's dir nachher bei Youtube an Okay Jack, komm Ja Also es wird auf dem Tisch hier stattfinden, ne? Das heißt, wir müssen uns hier schon noch... Auf dem kleinen Tisch? Ja, hier... Hier wird gleich so ein kleiner Fimmel rum Ja Ja Ja, okay Guck mal, gefeilt Jetzt hier Ja Mit Leid Wenigstens weiß ich, dass ich heute etwas geschafft habe Das ist etwas anderes schon bei mir Ja Nee, das ist für etwas anderes Ähm, was... Das klingt hier Was ich weniger brauche Geht alles noch weiter? Nee, jetzt fängt er denn gut Ja Zack Und jetzt hab ich upgradeete Arnis Jawoll Die ist rein jetzt Nee, jetzt sind sie lila Gut, stein Alle werden direkt zu Wir halten schon ein bisschen länger eigentlich Ja 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 Ja